Jans und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir machen heute gleich mal die Sabotage als erstes. Propaganda-Maschinerie gegen Weldenholt zerstören. Garage Oak Street. Details und Politik. Das einzige, das dreckiger als die Schlüpfer in Leaks sind. Wenigstens sagen Konzerne dir normalerweise am Ende doch noch ins Gesicht, dass sie dich fertig machen wollen. Das aufgesetzte Lächeln, die unmöglichen Versprechen, das schwammlose Anbiedern, alles Vorspiel. Bis sie dich in den Arsch ficken und sich selbst dafür mit Eris von deinem Credit Chip bezahlen. Das liegt in ihrer Natur. Und was liegt in unserer? Alle möglichen Scheisse hochjagen. Seinen Auftrag habe ich diesmal für dich. Sixth Street sind richtig geil auf Jefferson Perales. Das ist ja der Bürgermeister. Oder zukünftiger Bürgermeister. Deshalb haben sie, Sir, wird die Anti-Holt-Propaganda raushauen. Wir sehen in Perales eine Art of Abraham Lincoln für Night City, der die Stadt mit den NUSA vereinen wird. Naive Volkwusten. Also, mein Klient will, dass du die Propaganda-Maschinerie der Sixth Street stört. Easy peasy. Right? Yes, of course. Lass mal sehen in der Kamerastrophe. Sargent. Zwei Sargents. Ja, wollen wir ein bisschen Rambazamba machen? Why not? Oh, das ist ja. Lass mal. Der Scheiß, der Scheiß-Mordwaffe. Der Scheiß! Der Scheiß! Der war bis dahin mal viel besser. Okay, ich glaub manchen Dinge muss ich doch noch ranzeigen lassen. Ja, ich mach's mir selbst! Wenn sonst seh ich... Oh shit! Nein, nein, nein! Nicht so wie wir spielen! Geh deine Scheiß zusammen, Soldaten! Wenn sonst seh ich irgendwie... ...mal ich die Dinge nicht... ...die ich looten könnte... ...muss ich nachher gleich mal enden. Die Waffe ist shit. Die Waffe ist echt shit. Die Waffe ist echt shit. Wie kann ich abstehen? V systematisch will ... Wie ist alles so weg? Sind da alle droht? Scheint passt so. Geht. ich kann die schön ausschauen mit dem gerät hier nachrichten ihre bestellung loyale anhängerin und besorgte bürger an chefers imperiales hallo imperiales ich bin ein riesiger schäfer-fan und kann euch versichern dass seine worte die ohren und herzen der wähler erreichen der wahlkampf den ihr im net betreibt ist wirklich mitreisen so viel begeisterung habe ich bisher noch nie für einen kandidaten aufgebracht besonders euer wahlkampfseite ist spitze macht weiter so ein bisschen kritik muss sich aber doch noch loswerden in letzter zeit werden unsere kinder zunehmend durch die verbreitung von schund und schmutz an den schulen bedroht in eurem wahlprogramm bin ich dazu weder ein lösungsansatz noch eine stellungnahme dieses thema liegt mir wirklich sehr am herzen und ich wäre überaus dankbar wenn ihr meine nachricht an mr peral es weiterleiten könnte um genau zu sein würde ich gerne wissen was er gegen die wille an illegalen schwarzmarkt braindanders unternehmen will die über unsere schulen hereinbricht unsere kinder sind allem möglichen widerlichen und verdorbenen material ausgesetzt und das in einem alter das prägen ihre entwicklung zu er he er 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 baren würgen ist er er baren würgen ist ich habe mich ausgiebig mit dem thema beschäftigt und weiss dass die suchterzeugung suchterzeugende wirkung von bd bei jugendlichen reich manchmal ein einziger bd um sie abhängig zu machen wissenschaftlich nachgewiesen wurde wir als kollektiv müssen jetzt handeln wir brauchen einen bürgmeister der an die kinder denkt bevor sie zu erwachsenen heranwachsen die diese stadt mit neurotischen trieb gesteuerten aggressiven tieren bevölkern hochachtungsvoll christian lunch night cd ist grösster schäfer sie haben gewonnen mailware installieren bitte herr von Hydra. Ein weiterer Grund dafür, dass diese Stadt eine andere Nukle benutzen könnte. Ich bin gleich wieder überladen in Standzeug. Ich lasse das Gebiet machen wir gleich. Wie ist der? Ups. 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 Sorry. Noch ein bisschen Money-Cheffen. Ja, shit. Aber trotzdem 1000. Wo war der Scharschutz eigentlich oben drauf? Also nicht nur auf dem Dach. Ach komm schon. Ja. Okay, gut dann. Ich glaube das war's. Da gibt's hier noch eine Garage zum Öffnen. So, ja natürlich hier drinnen gibt's noch Satz da. Oder auch nicht. Da hab ich's schon haben. Gut. Auftragsfehler I-04 abgeschossen. Du hast es geschafft, V. Ja gut. Man kommt halt echt nie zu irgendwas. Ich mein, man fällt jetzt hier vorbei und dann ist gerade hier ein Überfall. die man mitnehmen kann. Ich kann nicht anders als... Dann waren wir hier zur Nebenmission. Da wurde gleich jemand abgeholt vom... ...weiner Team. ...weiner Team. ...weiner Team. ...weiner Team. ...weiner Team. Okay, irgendwie nices Detail. Nices Detail. Habe ich bisher auch noch nie gesehen. Dass das passiert. Also, da sie haben... ...Haus schießen und jemanden abholen. Dass sie jemanden abholen haben, wie ihr ja schon erlebt. Takut. ...weinen und nur. Habe jemanden aus der Familie sendet ihr hier? Oh, warte. Ich muss mich jetzt auch noch... Oh, sorry. Netflix. Sieh nach, was los ist. Okay. Alle Kalos machen wieder Geschäfte. Und das war. Die Leute sind nicht negativ. Du reizigte. Wie ist der Problem? Der Problem ist, dass ihr sind? Entschuldigung, dass ihr lebt... Entschuldigung zuいて. Wie geht's? Auf die Bege Chance denn? Vein, was ihr hier kểiert? Wer ist das? Wieber? Oh, ich dachte, ich würde mal unten. Wichse, dass alle über die Ehre ist. Wer ist das denn? Das war derぞ. Why do you need to know? Were you gonna ask me out? Give me one good reason why I shouldn't rip your tongue out of your fucking cunt! Seymour down now. She's with us. Can you count to fucking three? One, two, three! That's how many you're supposed to be! Even money was also supposed to be here. And I can't see any. How about we get this over with, Roman? We were late. Our bad, granted. We'll scratch off ten percent. Twenty. Fifteen. Fine. Let's call it a fucking day already. I'll give the sick for the Edges. You must be outside your mind, Vy. Why'd you come here? Dealing with the Scavs? On their turf? On their terms? You must really be desperate. Desperate people don't think straight. Save as you're patronizing, Vy. We knew the risk, but... We really need this money. Like, badly. Push up now! You can conversate all you want later. Speak like she can. Funny. Didn't like your ugly skin plate from the get-go. Now I know why. You're the one who flushed us out in Watson. Sandra Dorsett. Thought we'd forget, huh? We're done here. Now, now, that had nothing to do with the Aldecaldos. Said you were all together, yeah? Am I right? Or did I fucking hear wrong? Okay, but... Oh, no. We're done. Ah, yeah? We're done. Fuck him up! I'll kill you! I'll take him out! Tech Neustart. Kurzschluss. 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 Oh shit, I wanted nothing to do, man. Oh shit! I got nothing and they're really big help. You and your big city talk. Was 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 was? Why do you think they had a sniper it would have ended up like this anyway Maybe Never find out. Now, will we? Let's not get torn up now. Yeah You never know if your bad luck has spared you from worse You charged into the lions down to help us see why? Cuz you listen to your heart. That's a rare thing Especially out here. Some things, money just can't buy. Speaking of money, can't just leave it sitting around. Thanks for everything, V. So long now. Ah, gerne gerne. Jens Gaffes läuft sowieso immer schief, tak den kann man nie trauen. Kleines Misty. Ey, ey. Was das bestimmt hat, warum sonst hätten sie einen Scharfschützel haben? Wenn das eh nicht schon von Anfang an so geplant war. Komme ich zum Scharfschützen hoch? Ja. Ich rolle. Nice, dann hätten wir das auch erledigt. Spannend. Spannend. Diese Mission habe ich bisher auch noch nie gesehen. Finde ich irgendwie nice, dass es solche Dinge auch außerhalb der Hauptstory gibt. Was man mit den Algekaldos zu tun hat. Auf jeden Fall eine Erfahrung. Schön. Alle Autos kann man nicht nehmen. Endloser Staub. Endloser Staub. Endloser Strassen, Staub, Sandberg. Das ist nicht viel, aber es ist der schönste Anblick der Welt für mich. Danke. Wenn du irgendwas brauchst, weisst du wo du uns findest. Panem. Ich bin gerade aus der Sierra Sonaro zurückgekommen. Schneller Job. Gute Bezahlung. Kann mich nicht beschweren. Jetzt muss ich nur das Bratfett und die Salsa-Werte vom Rücksitz bekommen. Frag lieber nicht. Bei dir alles okay? Hey, freut mich dich für dich. Ich bin total platt. Hab Judy getholfen? Eine vermisste Freundin zu finden, der geht's richtig mies, aber Judy kümmert sich gut um sie. Wie, ehrlich gesagt, will ich nur ins Bett fallen. Aber da starre ich wahrscheinlich nur stundenlang die Decke an. Schlaflose Nächte vorprogrammiert. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, wie jemand in deinem ganzen Wagen Salsa verbreitet. Ich frage mich, wie die arme Sau das überlebt hat. Klingt nicht schlecht. Mein Tag lief in Umständen. Sprechen gut. Hab versucht mit Juries Hilfe ein Kapitel meiner Vergangenheit abzuschliessen. Ich glaube, ich habe dabei auch noch, an wem das Leben gerendet. Wie Wursens Night City 1 zu 0. Wenn du weisst schon, dass du jetzt irgendwann mal einen Absteiger namens Salsa ... Das wäre ich gut. ... Salsa und Bratfett aufmachen musst, oder? Wie, das ist unglaublich. Du hast jemandem geholfen, der dank dir überlebt hat. Sieht aus, als gäbe es doch noch echte Helden in Night City. Willst du dir Judy? Ich mag ihren altmodischen Namen. Judy Alvarez, wir haben uns in Lise Sparkle gelernt. In deinem Braindance Club, sie editiert die Dinge und macht das auch noch verdammt gut. Wie gesagt, ist ihr Talent ans Aufmotzen vor Gasmen völlig verschwendet. Judy ist eine gute Freund von mir. Wir haben ziemlich was durchgemacht zusammen. Es gibt in NC nicht viele Leute, denen ich vertrauen kann und Judy gehört dazu. Absolutes Original. Ich glaube, ihr zwei werdet euch echt gut verstehen. Echte Freunde sind heutzutage eine sehr seltenheit, vor allem in NC. Freut mich, dass du jemanden hast, auf den du dich verlassen kannst. Komm, wir rufen einfach mal an. Sieht aus, V. Wie geht's mit Rogue? Es geht's. Es geht's. Es geht's. Es geht's. Es geht's. Es geht's. Wir sind gut, dass wir uns nicht mehr an, und das ist gut. Es geht's nicht. Es geht's mit der Kankau. Es geht's nicht gut. Es hat eine andere Patrolle über die Station. Aber ihre Däde sagten, dass es Raph in der A.V. und die Helmanden verletzt. Die Stationen verletzten diese Version. Wir sind jetzt auf die Seite. Take care. Talk soon, V. Alright, und damit würde ich sagen, war's das wieder für diese Folge von Night City und Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe dich. In 2077, sie verletzten meine Stadt der schlimmsten Ort in der Amerika. Hauptproblemen sind die Höhe der Angelegenheit der Höhe der Höhe der Höhe der Höhe der Höhe der Höhe. Und mehr Menschen leben unter der Pobere als woanders. Und everywhere else. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Samurai, we have a city to burn